Musik Du musst den Constructor ausschalten Nicht übel So, ist gut Exploder, Vorsicht Zerstell die Schilder des Constructors, um ihn zu brenzen Musik Zerstell die Schilder des Constructors, um ihn zu brenzen Musik 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 Hättest ja nicht fangen lassen brauchen. Geh mir nicht auf dem Sack hier. Auf dem Senkel. Entschuldigung, aber halt nicht so. Wie schön. Alter! Weiterfeuer! Exploder! Achtung! Das Landungsschiff kommt. Geh den Konstruktor. Ungefloatet er raus. Achtung! Granate! So, ist gut! Exploder! Vorsicht! Exploder! Achtung! Weiterfeuer! Weiterfeuer! Was ihr seht, ist nur den verfluchten Konstruktor aus! Da sind ja Schilde und hast keine Ankerleitung. Schilde! So ist's gut! Oh, ist gut! Falle ich ja! Oh, Panate! Das verdammte Ding! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Da muss sie wohl wegfliegen! Exploder! Vorsicht! Was frei! Oh! Exploder! Achtung! Echt nicht! Hä? Ach, der ist mit dem ja auch! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ich schade wieder von der Hälfte! Ja, lass ihn doch entkommen! Ist mir jetzt egal! Pause! Feierabend! So! Ja, nun ist er abgehauen! Gut, brauchen wir nicht mehr Klampen! Hehe! Äh... Ja, Munition aufnehmen, oder? Ja, Munition war ja leer, ne? Ja, so gut wie! Okay! Okay, okay, okay! Ah... Ich weiss auch nicht, ob man den hier befreien muss! Oder ob die STORY da eh weitergegangen wär. Äh...! Whilst die mit dem Glocke kommen einfach auf die alte Museo! Die kommen einfach aufs Alles mit dem hier! Tö-ti-ti-tu-tö!!! Schreien auf so Kammbringe oder...? Ah, ja! Da ist Markus! Markus! Ah, ja, 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 ja! Wir holen uns jetzt mal die ganzen Kisten, alles was grün leuchtet. Ich freue mich schon auf Borderlands 3. Der hat ja hier gegen der Wand springen auch ein Ende denke ich mal. So. Was ist das? Scharfschützen. Wir sind voll. Ach du Kacke. Ist ja toll. Ist ja toll. So. Da müssen wir was wegschmeißen. Pistolen. Was haben wir denn da? Feuer. Strom. Okay. Shotgun benutzen wir so gut wie gar nicht. Aber ob das nun gut ist weiß ich nicht. Komm. Schmeißen wir mal weg. Dann haben wir hier Maschinenpistole. Schmeißen wir auch mal weg. Das ist ein Sniper. 194. Ehh. Ne Sniper mit 194. Ach hier. Raketen wäre das. Die drin. Okay. Aha. 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 Sturmgewehr. Tauschen wir damit aus. Ne. Dann hätten wir noch genug Plätze. Oder? Alle. Alle. All. Mach mal alle. Hier. Komm. Da 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 da. ja muss sein muss man sein hier alles durchgucken freuen maxi große schildlade geschwindigkeit oh ja das ist gut der themen auf so wir wollen ja mal markieren aber hier teamgenauigkeit und das war gesundheitsregeneration das schmeißen wir weg so teamkritischer schaden gilt ja auch für uns nahkampf schaden granaten 200 strom schlag ok 0,6 580 radios und weg schilde jetzt haben wir aber ein paar plätze frei können wir ein bisschen bald aufsammeln hier die würde ich gerne mitnehmen was haben wir noch? ach sturmgewehr fängt er mit dem gamepad schon wieder an hier zu wandern von alleine ist kacke finde ich immer erstmal aufnehmen so voll 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 hör auf sorry so so halb wenig frei aufgemacht warum ist sie wieder zu? hm komisch hm ok ok da ist nix hm ok 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 doch aber hier ist nichts okay okay so erst mal die komische die waffen kurz vergleichen das war die sniper genau markieren so werden sturmgewehr aufgesammelt 79 41 echt die haben wir aufgesammelt okay können wir verkaufen 51 79 die ist natürlich besser okay denn erst mal zurück wir haben ja verkackt hier abzuschließen gibt es hier noch was ich glaube wir haben schon abgesucht ja hier ist nichts weiter kann sein dass natürlich auch wieder was übersehe jetzt gerade ja stimmt ja wir müssen noch ein zeichen finden entdecken gab es zwei zeichen weil er sagte entdeckt eins von zwei und wir haben zwei noch nicht gefunden lasst uns das noch mal durchgucken munitionsfolge hier um das ist hier mit den augen mit allsehenden auge die spine muss man irgendwie finden fragten muss wo wohl dachte ihr� deдел de 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 dee de 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 ehmżein da oben noch an der kiste haben wir aber schon so hier ist nix mehr ne da ist nun so ein zeichen ok Ok. Bestimmt gut versteckt, aber... Der Terra stellt sich zu blind an, kann auch sein. So, aaaaaaah. Hier waren wir doch schon beim Kämpfen hier. Das wäre uns aufgefallen. So... Aaaaaaah. Was haben die Kreuziges zu sagen? Irgendwas zu sagen oder... Nix. Keine Ahnung. Ok. Da geht's ja wieder zurück. Eigentlich, ne? Ja. Genau. Genau, von diesem willkommen. Zum Anfang. Äh... Aber wo jetzt... Das Zeichen ist? Keine Ahnung. Ja. 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 Hier oben. Hier oben. Achso. Hier, unser Speicherpunkt. Äh... Ja. 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 Oh, ich weiß auch gar nicht, was das damit zu tun hat. Ob das überhaupt, äh... Sinn macht, das zu suchen. Weil hier ist ja auch eins. Ja. So ähnlich, oder? Äh... Fisch auf? Okay? Achja. Komischerweise. Ich weiß nicht. Wisst ihr was? Wir laufen einfach zurück. Wir lassen damit ein Auge sein, dødødødødødø. Wenn ihr eine Lösung habt, dann sagt ihr, schreibt sie mal in den Kommentar an. Also ich sehe jetzt keinen, ich will das auch eine Stunde lang hier rumsuchen. Ist der denn auch für euch langweilig? So. Weil entweder entdecken wir das nochmal. Oder, ja durch Zufall jetzt vielleicht beim Zurücklaufen. Ne. Warum geht dann fein nach oben? Hat dann was zu sagen. Pfeilen. Ja und. Gibt es hier noch einen Pfeil? Wenn wir hier runter springen, fallen, dann sind wir tot. Okay. Nichts ist hier. Na gut. Ach komm, will das nicht sein. Das suchen hat keinen Sinn. Hier liegt noch eins im Feuer, aber, äh, nö, das wird nicht. Wir werden gleich brennen. Ja. Siehste. Ja, 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 ja. Selbstmörder. So. Da ist ein Dreieck. Okay, denn, äh, wir gehen erstmal zurück nach Sanctuary, ne. Würde ich sagen. So, Orte. Jo, reisen wir mal kurz nach Sanctuary zurück. Wie machen wir mal einen Schlüssel auf, ne. Hier, eine Kiste. Mal gucken. Ja, ich weiß. Mach mal. Was kriegen wir hier? Sturmgewehr. Jo, aufnehmen. Und. Klärpt drauf. Pistole. Nehmen wir auch mal was. Meine Skills sind trefflich. Meine Skills sind trefflich. Wieso trefflich? Was ist das? Ach, Raketenwerfer. Äh, wir haben gerade jetzt den aufgenommen, ne. Ja, Typ war schon richtig. Typ, so. Langschwindig. Man sieht Größe 40. Ach, nee, hier. Bumm. Ne, haben wir doch jetzt. Maschinenpistole, ja. Sieht mal so aus wie die Pistole. Mit dem Messer da. Oder Bayonet. So. 79. Dann kann das ja auch weg. So. Dann kann das auch weg. Weil die macht ja auch 126. So. Wo waren die andere, die wir aufgenommen haben? Markieren so. Ach, Maschinenpistole war das, ne. Haben wir nur Eier? Okay. Pistole. Pistole, Pistole. Hm. Nehmen wir mal. Ausrüsten, genau. Strom, exklusiv, Feuer. Haben wir alle drei Sachen an Bord? Okay. Pistolen. Äh. So, weg damit. Das war's. Das war's. So, alle. Dö, 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 dö. Das ist mit Strom. Was hat die hier? Äh. Säure. Hm. 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 Die hat natürlich jetzt die neue, die mit Elektro hat natürlich NULL Wartezeit. Taufe mal aus, ne. So. Hätten wir noch was? Irgendwie hier. Schilde. Zum Verkaufen. 103 Euro. Gesundheit runter. Äh. 44, 26. Ich glaube, wir haben schon einen guten Schild drin, ne. Okay. Den Rest verkaufen wir. Okay, so. Sollten nicht unbedingt, glaube ich mal, die Hauptquest... Haben, töten, meine Mann. Haben, töten, meine Mann, ja. Äh. Sollten nicht unbedingt die Hauptstory folgen. Bessere Ware findest du nirgendwo. Dafür hab ich gesorgt. Sonst, äh, wird das für uns immer schwieriger. Dann haben wir das passende Level nicht, sag ich mal, ne. Brauchen wir kaufen. Einvergnügen. Voll. Du bist mein Millionster Kunde. Gut. Dass dir das nicht zur Kopf steigt. Äh. Voll. 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 Gut. So, war das so hier. Äh. Handgranate. 473, 600 und 2,27. Hm. Äh. 1, 2,27. 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.